Ein Großteil der Dinge, die wir können, stehen in keinem Zeugnis. Etwa 70 Prozent aller Lernprozesse finden außerhalb von Bildungseinrichtungen durch informelles Lernen statt. In der Familie, in der täglichen Arbeit und in der Freizeit. In der VHS-Workshop-Reihe Wissen, was ich kann, geht es darum, seine Fähigkeiten und Kompetenzen festzustellen und zu nutzen. Von speziell ausgebildeten Trainerinnen werden Methoden und Instrumente vermittelt. Was kostet der Kurs? Der Kurs an und für sich selber, sowohl der Kurs, die Unterlagen und auch das Zertifikat sind kostenlos, weil der Kurs eben gefördert ist, eben aus den Mitteln des operationalen Programms Facing Out 2007 bis 2013. Vom Europäischen Sozialfonds und vom Land Burgenland hier im Speziellen mit Unterstützung des Frauenbüros.